Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Ich bin Penson Palletti von der Gruppe Das Pack. Eine sehr, sehr interessante Musikgruppe. Sie macht Rocken mit allen, den ganzen Kram dazu. Am 7.12., das ist nämlich meiner Ansicht nach ein Freitag, spielen wir in der Groove Station in Dresden. Also wer da nicht hinkommt, ich weiß das nicht. Und vor allen Dingen waren wir ja vor zwei Jahren schon mal da mit Urban Magic Johnson als Vorprogramm. Die sind diesmal wieder mit dabei. Es wird geil. Und wer nicht da ist, der braucht auch nicht kommen, weil wir sind auf jeden Fall da. Und es wird die Sensation. Also bis gleich. Ciao.